Hallo Freunde, wir machen heute einmal Ghost der Rebellen und einmal Farbenjob auf. Und jetzt, da geht's los. Die Pokémon schlägt uns gerade die Sonne raus. Und jetzt machen wir das nächste aus. Sieh mal, das Pokémon heute. Und das war's heute, meine Lieben, Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal und ciao.